So, falls noch wer da ist, sagt mal Hi YouTube, damit die Leute sich nicht so alleine fühlen. Und ansonsten würde ich mal sagen, willkommen in Costa del Sol. Oh, warte. Auf einem Really lässt sich Costa del Sol einfach und bequem erkunden. Oh mein Gott, das hat so Widerstand. Oh Gott, das ist gar nicht so einfach. Ah, daran erinnere ich mich. Okay, das ist super weird. Lass uns davon wieder runtergehen. Todesfalle, auf jeden Fall. Haha. All passengers with reservations at the Royal Coast. We got a map of town. Hang loose. Wanna know what Costa del Sol has to offer? Then we've got you covered. Well, we have plenty of options. You can't go wrong with either the Royal Coast or Costa del Sol Resort. Unfortunately, according to my records, every hotel is booked solid today. Unless there's a cancellation, it'll be hard to find a room. Das ist okay. Wir können irgendwie einen Zwingen. Zu canceln. Hang loose. Today's your lucky day. There's a surefire way to make seeing the sights even more magical. By taking them in on a state-of-the-art wheelie. If you're interested, we're doing a special promotion. What do you say? Just hop on one of these babies and ride around town at your leisure. That's it. No strings attached. You can even win fabulous prizes, depending on how far you travel. So how about it, friend? Interested in taking a role around Costa del Sol? Shit, jetzt muss ich tatsächlich so ein Ding nehmen. Und 4000 Meter zurücklegen? Ach, du Kacke. Now that's what I like to hear. And just like that, you're registered and ready to get rolling. All you need to do is pick a wheelie to rent, write it to your heart's content, then claim your prize when you're done. Na dann. Schauen wir erst mal, dass wir das Hotel finden, würde ich sagen. Guck mal, the Royal Coast. Das klingt doch gut. Nun, wir haben's versucht. Oh, Bitch, ihr habt mir gerade einfach gesagt, dass ich nie wiederkommen soll. Und da kommst du und sagst... What? Oh, hi, Bitch. Hey, Cloud, want some ice cream to cool down? Or are you looking for something hot? Just admit it. You're obviously captivated by my bodacious beach bod. Nope. Nope, he says. Not interested. But that whole schtick doesn't make you cool. But if you were to hire yours truly as your counselor of cool, I could show you how it's done. Äh, just saying so, sie ist, glaube ich, sie nicht irgendwie 16 oder so. Daher sorry, Mädchen. Ich muss leider canceln. Ich weiß, dass die einfach gerade so aus dem Leben fadeten, Junge. Was ist da denn passiert? Oh, no. Es ist Joske. Johnny? Hey, Leute. Looking good. Same to you. So, what are you doing here? Living the dream. Building my legend. Being the owner of a bonafide hotel. Though, not exactly a luxury one. What a coincidence. We were just looking for a place to stay. Do you have any rooms? Do I have rooms? I got rooms for days. Enough rooms to make your head spin. That's what happens when you have no guests. I don't know about this. Don't need to be shy. We go way back, right? It's the least I can do. Alright, let's get you settled in. Er gibt mir einfach übelste Yakuza-like-Dragon-Vibes. Can't have my guests getting lost. Wow. Just bought the place, so I'm still doing repairs here and there. But all things considered, it's looking pretty sweet. How I got my hands on it, though. Now that's a story. I was cursed with the unholy trinity. No job, no money, and worst of all, no girl. I was a nobody with nothing, walking garbage. But Mayor Capono believed in me. Said I was destined to make something of myself. So he sold me a hotel for cheap. How cheap, you ask? Half market price cheap. The dude even loaned me the money for it. There's no kinder man in all the world. Damn. Es gibt sehr Midgar Seven, äh, Sector Seven Slums, ehrlich gesagt. Sehr rustikal, auf jeden Fall. Okay, let's get everyone checked in. Tifa, you'll be staying in room 101. Aerith, you're in 102. As for the dudes, you can all bunk together in 103. The price? I'd never even think of charging you. Besides, I gotta run. The mayor requires my assistance at this time. Make yourselves at home. Not like there's anyone else here anyway. Oh, you guys better not head to the beach looking like that. And don't even think of bringing those weapons with you. Oh, fate is so cruel, depriving me of Tifa and beach wear. Time for that shower? Yeah, I'd say so. See you guys soon. How soon is soon? Soon enough. No need to stick to a schedule here. Right? Right. You win. I think I'll go take a walk. Though, I should maybe get changed first. Still looking good. Well, back in a bit. Er mit seinem scheiß Seemannsanzug, Alter. Das ist mein Zimmer? Die Leute können mir einfach ins Zimmer gucken. Es gibt keine Wände, so. Selbst die Dusche ist offen. Oh mein Gott. Ha! Schade. Nun, ist schon okay, schätze ich. Okay, shady dude. Ich meine, er würde vielleicht mehr Kundschaft kriegen, wenn der Weg nicht mit Kisten zugestellt wäre. We're bringing people together, solo suntaners like you, with a special event. One we guarantee will spice up your social life. Find love at Costa Delamore. Aww. Aww. So, will you be joining us or what? I'll pass. Aww. Got plans with those guys. Later. So, they're friends of yours? Then, can you do us a solid? Those roped people are a little different, right? And they've kind of been creeping the other guests out. I mean, look at their clothes. I mean, look at their clothes. They kill the vibe. So, if you could get them out of here, we'd be so grateful. Speaking of clothes, they'll never let you on the beach looking like that. This is Costa Del Sol. You've got to loosen up. Let it all out. And to help you with that, here's lucky ticket number seven. Take it. With that, you can play Pirate's Rampage and Card Carnival. But, not all by your lonesome. Your number's the same as someone else's. Find them, and you've got yourself a team. Work together, master the games, and you'll earn companion cards. You can turn those in for beachwear. And once you're dressed to impress, you'll finally be ready to hit the beach. Right? So, start searching and let the fun begin. Best of luck finding that special someone. Hang loose. Die beiden fand ich cool. Die waren super. Ich find's schön, dass die Schwarzkunden ohne Probleme zum Strand kamen und einfach aussehen wie laufende Müllsäcke. Aber ich muss mich umziehen, so. Naja. Ist denn hier... Ah, okay, das ist... Ah, okay, okay, das ist... Das ist cool, das kaufe ich. Sorry, aber das ist... Insane praktisch. Ich brauche mehr Analyse. Aber da steht ein großer, aufblasbarer Chocobo. Weißt du, anstatt eines... Keine Ahnung, wie groß war der? Sieben Meter großen Dinosauriers, möchte ich hier vielleicht einen sieben Meter großen Chocobo haben. Wow, er hat einfach alles umgefahren hier. Ich passe mich einfach mal der Allgemeinheit an. Ich weiß nicht, wie groß war der Allgemein. in here so it's a special event for meeting new people but looks like you and me have paired up wait what why do you care about meeting new people for the companion cards what do we have here looks like it's right up my alley whoa hold on there you use firearms for a living don't you sorry but I can't allow you to play this game amateurs only that's our policy oh it is is it why didn't you speak up soon I don't see any signs either this is false advertising I'll do it just don't embarrass us barrett dating sim los geht's oh okay bitte gib mir motion controls dann ist es easy so instant gewonnen hey hey you need to focus now okay vielleicht doch nicht vielleicht habe ich mich geirrt no don't look at me focus hell yeah that's what I like to see very nice beautiful shot Oh mein Gott, ich treff nichts. Oh mein Gott, ich treffe ihn. 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 Hä, das ist so dumm. Warum bist du so, Junge? Okay, 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 so funktioniert das. Dann machen wir das. Oh mein Gott, ich treffe ihn. Oh mein Gott, ich treffe ihn. Oh, das ist so ätzend. Oh mein Gott. Oh. 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 Oh, oh. Oh my Gott. Fuck. Oh, wie ätzend. Die muss ich auf jeden Fall kriegen. Die muss ich auf jeden Fall geben. Keine Rücksicht auf Paluster, Alter. Was soll's? Die muss ich auf jeden Fall geben. 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 Wir fahren einfach die Leute um. Äh, hier. Ich hasse es, dass sie Hang Loose sagen. Ich habe erst eine Karte, trotz der Tatsache, dass ich gerade einfach so mega krass gerockt habe. Come on. Dieses Fahren mit dem Ding ist sehr seltsam. Herr Resto, was geht ab? Hier kann man sogar duschen. Vielleicht sollten Tifa und Aerith lieber hierher kommen. Ah, das Spiel ist super. Ah, das Spiel ist super. Wir können ja auch mehr Minigames spielen eigentlich. Die Frage ist nur, wo gibt es hier noch weitere Minigames? Okay, let's go. Ja. 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 Okay. Dann probieren wir es mal, würde ich sagen. Das kann nur gut werden. Wir können hier nur gewinnen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, okay. Hm. Oh, okay. Hm. Oh, okay. Hm. Oh, okay. Hm. Oh, okay. Oh, okay. Das war jetzt nicht so schwierig, tatsächlich. Voll die gute Karte, tatsächlich. Don't lose focus. You hear me? Well, we'll see how that plays out. Hm. Hä, das können wir schon nicht gewinnen, oder? Das habe ich schon falsch gemacht. Also meine Idee wäre sonst gewesen, dass wir alles auf das untere Ding packen. und es muss ja am Ende nur eine höhere Zahl rauskommen, glaube ich. Das ist ja egal, ob der jetzt irgendwie die 9 und die 7 hat, wenn wir da am Ende eine, weiß ich nicht, haben. 16, 17, 18, keine Ahnung. Ich glaube, das kriegen wir aber nicht hin. Weiß ich nicht, Junge. I don't know. Keine Ahnung. Ich lege die einfach mal hin. Und schau, was passiert so. Keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Keine Ahnung. Ist dir okay? Danke für den Sub. Ich muss den schon da hinpacken, oder? Das geht gar nicht anders. Es ist noch zu früh, um zu sagen. Hm. Ich wusste nicht, dass du es in dir hattest. Siehst du, sag ich doch. Es ist halt genau das eingetreten, was ich sagte. Ich hab da nicht versucht. Tut dann hier die 100 Minuten hervor. Entצם nicht zu haut. befinde mich jetzt ein Grammскую. Ich hab damit nicht dran müssen. erkenn ich die Pizza. you play that on purpose yes just yikes I'd never tried that okay so what's your next move playing it pretty safe I see okay that's right okay that's right okay that's right okay that's right oh why not that one oh why not that one okay then halt noch mal sekunde okay das musste nach da das war dann schon mal richtig dann kam der nach hier should have done worse that's for sure aber wo soll ich den denn sonst hinpacken was ist dein scheiß deal alter hätten wir nicht jetzt gewonnen nee herr minnig don't lose focus you hear me still too early to tell keep that up and you'll do fine no that's not bad huh didn't know you had it in you okay you know that's not bad okay bisschen trial and error aber es hat hingehauen also super congratulations you two sure know how to win in style come back whatever you like thanks for being my partner haven't had that much fun in a while I could be persuaded to go again that's a funny way of asking for a favor I appreciate the sentiment but I don't play matches I already know I'm gonna win would much rather spend that time upping my game sadly I don't meet many people who can teach me much so I did run into you anyway I'm sure we'll see each other around some time good luck oh my shot you down we also offer one-on-one matches though so don't worry about it okay das ist doch ganz nice welcome to card carnival vielleicht können wir da noch mal kurz reingucken schauen wir mal schauen wir mal � de b we 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 Ah, okay. Das hier ist tatsächlich schwerer, als ich erwartet hätte. Wie komme ich da oben auf eine 6 oder 7? Okay, warte. Vielleicht klappt das. Ah, siehst du? Nice. Cool. Okay, 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 okay. Soviel dazu. Ach du Kacke. Okay. Das ist aufregend. Das Ding ist, ich glaube, ich sollte mir die Strategien hier merken, die ich hier lerne. Das war schon falsch. Okay. 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 Okay, ich glaube, ich verstehe, was ich hier machen muss. Witzig. Okay, das ist ja cool. Was es nicht alles für Möglichkeiten gibt, hier irgendwelche Sachen auszulegen. Verrückt, verrückt. Das soll ja sehr wahrscheinlich schon mal nach da. Ah. Hmm. Ja. 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 warte ok ok ich muss den den hier spielen damit der kram da oben erscheint und dann muss ich den tom berry könig dahin legen und dann die ganzen karten opfern ich glaube das ist das was die hier von mir wollen oder der muss auf jeden fall schon mal nach hier oder nee warte das ist gar nicht so einfach aber krass dass man halt so eine crazy strategien in der ganzen sache hier hat okay der muss nach hier das ist richtig dann der eine dude muss nach da unten jetzt weiß ich es okay pass auf das muss so der dude kommt noch nirgendwo hin aber du kommst steht nirgendwo hin wie super ätzend so ok wo platziere ich den super smart das einfach sein kram er muss ja hier irgendwo liegen so keine ahnung so ok es ist einfach egal anscheinend nee es ist nicht nee 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 Das war's für heute. Okay, wenn ich ihn jetzt nach hier packe und ihn so nach hier... Oh, okay. Damn. Ich hoffe, das war jetzt korrekt. Aber müsste passen. Junge, die Strategien sind mir ein bisschen zu crazy so. Holy shit. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das hab ich jetzt nur so halb gecheckt irgendwie. Aber es ist fein. Ich hab's geschafft. Zumindest ein paar Karten hab ich bekommen. Das ist alles, was mich interessiert. Cooler Typ. Hey, da vorne ist einer. I found one. Ähm... Okay, wir müssen noch wesentlich weiterfahren. Ich müsste noch Karten kaufen können, aber ich bin pleite, deswegen weigere ich mich, Karten zu kaufen. Äh, habe ich noch irgendwo Minigames, die ich machen kann? Hier ist noch irgendwas, oder? Aber da meine ich ja eben von, das geht nicht. Das habe ich gerade schon gemacht. Okay, ich habe noch ein Ding und das gebe ich jetzt hier aus und dann sehe ich einfach Swaggy AF aus am Ende. Los geht's. Ta-da! Okay, jetzt müssen wir halt richtig dumm irgendwie ständig im Kreis fahren. Damit ich auf die 2000 Meter komme. Oder 4000 oder was das waren. Ah, ist fein. Alles cool, schaffen wir. Keine Rücksicht auf Verluste. Das ist so dumm, Junge. Alles um Zeit zu schinden. Ich mag's durch einfach der Terminator-Bindung, mir keiner was ankann. Alle, die sich mir in den Weg stellen, pate ich entweder durch, oder die werden einfach hoffnungslos zur Seite geschoben. Gibt's hier keine bessere Strecke? Kann ich nicht einfach so hin und her fahren? Das ist irgendwie angenehmer. Okay, da gehe ich raus. Du, 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 du. Ich bin mir sicher, dass ich hier nicht sein sollte. Ah, verdammt. Aber wir haben fast die 3000. Das heißt, mein kleiner Umweg hat sich gelohnt. Hier gibt's viele Areale, die aussehen, als ob sie Boss-Stages sein sollten und es dann irgendwie doch nicht sind. Daher, wer weiß. Schauen wir mal. Daher, wer weiß. Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du- Okay, 500 Meter noch, das kriegen wir wohl hin. Und da muss ich nie wieder so ein Ding fahren, Junge. Weißt du, ich muss irgendwas machen, anstatt hier einfach nur dumm rumzufahren. Und wenn es darin endet, dass ich diese Vasen umfahren kann, ist alles cool. Kannst du aufhören zu spoilern? Oder einfach so... ...mich hinterrücks so in irgendeine Richtung drücken zu wollen, das wäre voll cool. Es ist okay. Gerne. Wir sehen uns, was der Odometer sagt, soll wir? Wow, congratulations! Es ist meine Honour zu presentieren Sie mit dieser Wheelie Master License. Sie, mein Freund, haben Sie heute geworden, die Lone Rolling Star von Costa del Sol. Diese Prize ist für diejenigen, die sich ein Dämonen auf Wheelies zeigen. Hier, Sie haben es geschafft. Once wieder, congratulations. May you keep rolling safely and smoothly. Sick. So, warte mal. Kann ich noch bei ihm irgendwas machen? Shake it, shake it. Lucy goosey. Welcome to Costa del Sol. Have you tried this dance before? I didn't think myself a dancer. But I'm starting to see the appeal. Perhaps you might like to cut a rug with me sometime? Gibt's hier jetzt irgendwas cooles, neues? Ich glaube, es wird später praktisch, wenn ich meine Materia effektiv aufleveln kann. Aber ansonsten sehe ich da gerade keinen wirklichen Mehrwert drin. Das könnte aber ganz cool sein, eigentlich. Shall the fire water hang loose? Ach. Passt vor, danke für den Sub. Warte mal. Okay, hier gibt's einfach doch nichts. Dann schauen wir mal, was die Story noch sagt. Nee, fick die Story. Da vorne ist ein Pianostück. Junge, hör auf, an dem Tisch zu kleben. Don't, it's too hot. But it's supposed to go to school. Das ist nicht hier. Okay, wo ist das scheiß Pianokram? Okay, das ist da in dem Hotel. Dann gehen wir kurz mal da rein. Und dann kann ich ein bisschen Piano spielen. Und meine Musikslust da drin ausleben. Save your aching feet and ride a wheelie instead. Welcome to the Royal Coast. Please enjoy your stay. Ah. Okay, dann wird das wahrscheinlich erst das, was wir später machen können. Dann, was soll's. Auf geht's zum Strand. Save your aching feet and ride a wheelie instead. Jaa... Jaa... Hahaha. Okay. Yeah. Johnny sure found himself a real fixer-upper. Kinda reminds me of home. Are you almost done? Aerith? Aerith, are you alright? Tell me, what color would you say this is? None? Thing is, it used to be white. At least, it was back in Midgar. Materia is formed from the lifestream itself, orbs infused with knowledge, memories. The whispers, they took all that from mine? These memories were precious? Yes. Extremely. Weren't you headed to the beach? Some time with Tifa might lift your spirits. Yeah. Wäre mega funny, wenn ich jetzt mit ihr die ganzen Minigames nochmal spielen müsste. Uh-huh. And then we can finally hit the beach. Yeah. Let's roll. Das hätten wir noch ein bisschen enthusiastischer sagen können. Okay, cool. Also wenn ich jetzt auf L2 drücke. Oder R2. Oder auch nicht. Ah. Uh, voll cool. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Was ist das? Was ist das? Ein spezielles Event. Das wird dein Zeitpunkt hier nicht vergessen. Und keine Angst. Deine Angst. Deine Angst. Sign mich auf. Perfect. Dann hier ist ein Ticket für die beiden. Und ein für Ihre Doki. Mit diesen Ticket von deinem Ticket. Sie lassen uns ernsthaft nochmal die Minigames spielen mit denen? Okay, hau raus. Häng looos. Häng looos. WELCOME TO RUN WILD! WELCOME TO RUN WILD! A PARADISE FOR ANIMALS BIG AND SMALL! Today's first place prize is none other than Costa del Sol's famous tropical meat. So, do we have any takers? Don't be shy now. Do we have any taker? WELCOME TO RUN WILD? Do we have any takers? WELCOME TO RUN WILD! WELCOME TO RUN WILD! Vier Teams befinden sich auf dem Spielfeld Befördere alle Bälle ins Tor Eines gegnerischen Teams und Punkte Okay Wir müssen gewinnen Ha, nice Oh, what? Ah Und cool Ah, shit No Das ist nicht gut Das ist gar nicht so einfach, man Oh, wie ich den kleinen Hund einfach gekillt habe What the fuck? Ah, verdammt Könnt ihr nicht einfach Oh, eat my ass, Junge Hä, come on, ich hab voll auf das andere Ding gezielt Oh, fuck you In der letzten Scheißsekunde, du Bitch Ah, das gibt's doch nicht Er schaffst Er schafft das schon Junge, was hier abgeht Äh, für den ersten Platz gibt's das Silberhalsband Das ist eine neue, ähm Eine neue Waffe für Red Welche ich bekommen hätte, wenn ich einfach zwei Sekunden schneller gewesen wäre Daher, ich muss es leider hinkriegen Hey, wo ist er? Ja 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 Ihr macht das schon Verdammt Ah 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 So, jetzt muss ich nur eine Minute irgendwie Das Ding hier wegziehen und dann hab ich gewonnen Hoffe ich Ah 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 Vielleicht kein Eigentor machen, das wär noch ganz cool Ah 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 Cool Ich glaub ich hab, ich hab, ich glaub ich hab gewonnen Ah Sehr schön Okay, 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 okay. Das heißt, ich habe jetzt hier tatsächlich neuen Staff. Sehr schön. Hat sich gelohnt. Äh, was geht hier noch? Rendezvous auf Rädern. Schauen wir mal. Was machen wir dann, Tifa? Tifa? Du bist nicht von Sektor 7, sind Sie? In Midgard? Huh? Yes, I am. Oh, Tifa! My life, my love, nay, my everything! You're not quoting Johnny, are you? What a disappointment. See, I was expecting someone very different. Someone metropolitan and chic, who lights up every room she walks into. I have no idea what he sees in you. Um, excuse me? Stow the tood? It's fine. I, uh, I get this all the time. That's some kind of humblebrag? Hey, Jenny! Don't just stand there! Go get the unreturned wheelies! Don't tell me what to do! Ugh! How come everyone here thinks they're better than me? I'm just giving you work. Screw this! I quit! Slay! Einfach! So, you're friends with her, right? Since she quit, would you mind picking up the rest of the wheelies for me? Yeah, sure. We'll do it. You don't have to please everyone you meet. I know, but I still feel like I owe it to Johnny. So I figure, maybe if I do this for Jenny, I'll have given him back something. Or maybe I just want peace of mind. I guess. Let's get those wheelies. Uh, das sind Chocobos! Warte, 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 warte. Suche die roten wheelies und bringe sie her. Okay, das kriege ich hin. Aber erst muss ich zu den Chocobos! Seht sie euch an! Sie sind orange, rot, gelb, gelb-orange. Sie sind voll pretty auf jeden Fall. Ist das hier der, den ich einsammeln muss? Grab a materia pop and give your chimpfods a magical infusion. Try all our exciting and... What is this arbitrary rule? Can't you make an exception just this once? Oh, or you, you could be my partner. Would that be okay? Uh, I, I don't think I'm allowed. Hi, how can I help you? You. Uh, this isn't, uh, my, my superior's arrival has been delayed. So I thought it prudent to, uh, survey the area. That's nice. You know, if you're looking for a partner, why don't we team up? Huh? Huh? You mean it? I sure do. Oh, you're a lifesaver. In that case, I'll go on ahead. Those cactuars can't hide from me. Okay, then. Just take this camera and find the four cactuars hidden around town. Alright, let the capers commence. Okay. Find all the cactuars hidden around town and you'll be capers in the future. War hier nicht direkt irgendwo einer? If you have a ticket, please proceed to the lobby. You want to beat the heat? Ha, ich's einfach nicht kann, Junge. Ah, so? Ist hier ein Charakter versteckt? Ich finde, das ist verdächtig, dass hier einfach Kakteen rumstehen und hier theoretisch auch einer sein soll, glaube ich. Oder so. Nee, der ist hier unten irgendwo, ne? Verdammt. Never mind. Aber da komme ich nicht hin. Ah, nee, okay. Hier gehe ich aus der Stadt raus. Okay, okay, okay. Okay. Find the love of your life, today. Come out, little cactuars. Mean machine, coming through. I wonder what kind of guy this bigwig is. Maybe he's a silver fox. Close. He wears white. I wonder what kind of guy this bigwig is. Muss ich? Bigwig is. Maybe. Das ist schon? Oder ist das dieser kleine Bereich hier? Silver fox. Close. He wears white. There's got to be something around here. I swear I saw one of those cactuars hidden around here just a minute ago. Die können nicht so schwierig zu finden sein, Junge. What about over here? Come out, little cactuars. There's gotta be something around here. Getting warmer. Warmer. Ha. Maybe over there? Wait. What about over here? What? Ich fühl mich gerade krass geatcht und ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Hängt der Shit einfach in den Bäumen irgendwo. Come out, little cactuars. Ich bin ja auch richtig, ne? Das ist irgendwo, irgendwo hier auf jeden Fall. Hau raus. Hau raus. Am Hydranten? Wo steht hier denn ein Hydrant rum? Ach, da unten? Das kleine Scheißvieh? Ach, du kacke. Da wäre ich nie drauf gekommen. Oh mein Gott. Komm schon. Ah, close enough. Ah, 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 ah. Du kannst nicht diese Egele-Eyes schlafen. War das nicht richtig? Hm. Ich versuche, ich habe einen von diesen Cactuars gesehen, die hier oben nur eine Minute vorhin. Ach, das muss auch der Richtige sein, ne? Okay, okay. Still, wäre ich nie drauf gekommen. Ey, die hätte ich jetzt Stunden gesucht, bevor ich das hier gesehen hätte. Wahnsinn. Ey, holy shit, die sind ja richtig... Das war unfair, Junge. Okay, der nächste Dude ist relativ offensichtlich, glaube ich. Ist diese Prozentgröße einfach die Größe, wie groß sie einfach sind? Da vorne. Höh. über da? Wait, was über da? Da? Das ist so surreal einfach. Okay, als nächstes müssen wir hier die Straße hoch. Es ist ja auch schon hier irgendwo, oder? Ah, hier. Äh, da. Äh, close enough. Okay, und der letzte war, warte, wo, das ist die Notiz? Irgendwo da hinten. Ne, warte, hier sind wir nicht richtig. Der Dude ist garantiert einer der Typen, die wir am Anfang im Zug getroffen haben, die sich Barrett entgegenstellten, so ganz am Anfang von Remake. Ah, da oben. Ah, ah, okay, das ist so weit raus, wie es geht. Okay, die drei waren halt relativ easy zu finden, aber der eine, der halt so klein... An dem, an dem Hydranten ist... Wack, so. Wart ihr das mit dem Kakduan-Dingsbums? Ich kann jetzt... Register hier für die große Kakduan-Dingung. Ein, zwei... Ja, das sind alle. Wir können den Buch auf den Kakduan-Dingung. Ich glaube, ich sollte Ihnen bedanken, dass ich ein bisschen Amor zurückgebracht habe, in meine Leben. Ich sage, wenn Sie nicht mit ihnen interessieren, würde ich gerne die Kakduan-Dingung senden die Kakduan-Dingung zu meiner Frau und Frau. Es ist nur ein kleines Weg, dass sie immer in meinen Gedanken sind. Sie sind deine. Ich habe das wirklich gebraucht. Ich kann nicht meine Familie-Spirits leben, wenn ich nicht meine eigene leben kann. Ja, Herr, ist... Oh, vergleiche mich. Ich bin auf meinem Weg. Es ist nicht zu hart. Er hatte sogar das Lied, was da gespielt wurde in dem Zug. Da war das garantiert, wenn du die Charaktermodelle vergleichst. Wirst du definitiv sehen, dass das das gleiche Charaktermodell ist. Ich bin hier hinter der Kaktua-Dingung. Wenn du ein Ticket hast, dann weiter zu der Lamy. Die Tour ist jetzt in der Delft-Soul-Sol-Style mit unseren Gelegenheiten. Wenn du ein Ticket hast, bitte zum Lamy. Ich bin mit dem Weg. Wirst du da? Ich hab so ne Aerith-Beunas-Karte gekriegt. Sie sieht einfach aus wie die Tante aus Perfect Dark Zero. Hä, ist das tatsächlich der Typ aus dem Zug? Ich hab einfach nur geraten, so. Oh mein Gott, wirklich? Das ist ja cool. Wie absurd. Johnny ist hardcore in Aerith verliebt. Das denkt er von ihr. Meine Güte. Junge, super scary, Alter. Okay, wo muss man die gelben hinstellen? Ah, hier. Ich muss noch einen gelben Wheelie finden. Ah, hier. Perfekt. Oh mein Gott, es ist kompliziert, die Dinger zu steuern, Junge. Oh mein Gott, es ist einfach so schön. Oh mein Gott, es ist einfach so schön. Oh mein Gott, es ist einfach so schön. Ich kann nicht nehmen. Ich habe es entschieden. Ich werde es geben. Ich werde es geben, Johnny. Ich werde es geben. Es ist kein Weg, ich kann überhaupt mit dir spielen. Ich kann sagen, sorry. Take ihn. Es sind zwei Karten, da sind so. Hab Spaß. Hold up. Danke, aber das ist sehr gut. Das ist für dich und Johnny. Ich hoffe, dass du mehr Spaß hast. Ich glaube, du hast das falsch gedacht. Johnny und ich sind nur Freunde, nichts mehr. Für echt? Aber wie er spricht über dich, ich dachte, du wärst... Du kennst, er liebt zu exageraten. Und natürlich, er hat auch ein Habit zu werden. Ich fühle mich viel besser, wenn er jemanden zu retten, um ihn zu schützen. Oh, so du hast ihn auf mich. Ist das alles? Nicht so. Sorry, ich habe nichts gesagt. Anyway, danke für die Karte. Ich bin glücklich, dass wir das alles straightened out haben. Plus, ich weiß, dass Johnny ein freer Mann ist. Also, ich würde gerne schießen, dann? See ya! Sie ist schon cute, da kann ich auch nichts zu sagen. Sie ist schon niedlich. Die Charaktere in diesem Spiel sind einfach so gut gemacht. Once again muss ich das nochmal sagen. Okay. We got the best one. I love you. We got a furry friend, who needs to burn off some energy? Come to run wild. Schindler's president of the United States. Let it all hang loose and enjoy your time and grab a material, Papa. Let loose. Da 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 da. Today's Royal Coast concert will begin shortly. Okay, los geht's. Uh. There's a concert scheduled today. Or was at least. Something came up, you see. The pianist decided to skip town. At least he was kind enough to leave behind a letter. Said he had decided to elope. What? A lope? The heart wants what it wants, and who are we to deny it? However, without a pianist, there can be no concert. These fools called us down here because they thought we knew a replacement. Even between the two of us, it's not like we know everyone in every business. Mm-hmm. Oh my. These hands. These fingers. They have the strength of warriors, and yet, are so very delicate. You've played the piano before. That much is obvious. Yeah. I mean, kind of. I did take some lessons when I was a kid, but that was ages ago. I don't want to hear excuses. I want to hear you playing the goddamn piano. I want to hear my tune. Okay, dann spielen wir Klavier, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Tiefers Theme. Üben wir kurz mal. Also sie kann theoretisch Klavier spielen, wie sie gesagt hat. Und sie kann theoretisch Klavier spielen, wie sie gesagt hat. Oh, das ist fies, Alter. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Come on! Holy shit! Einfach fast ein Full-Combo rausgehauen hier. Und das nur aus der Übung. Ich dreh durch. Das Ganze jetzt mit Joy-Con Drift. Okay, los geht's. Konzert geben. Ich kann das. Okay, los geht's. Das Ganze jetzt mit Joy-Con Drift. Das Ganze jetzt mit Joy-Con Drift. Das Ganze jetzt mit Joy-Con Drift. Das ist jetzt schade. Das Ganze mit Joy-Con Drift. 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 Und es ist spät. Und es ist spät und ich will langsam auch mal ins Bett. So, okay. Ich glaube, ich habe fast alles. Fehlt noch das hier. Und shines. Und shines. Okay, cool. So, dann ziehen wir uns mal um, würde ich sagen. Wir haben es. Wir haben es sogar so gut gemacht, dass wir die ganzen Extra-Outfits bekommen haben. Was ich schon ein bisschen cool finde. Was ich schon ein bisschen cool finde. Aber ihr sieht das hier voll schön aus. Halt, come on. Als ob das nicht Top-Outfit ist. Das hier sieht aus wie der Shitty-Dress, den du bekommst, wenn du das im Remake voll schlecht machst. Ich meine, das ist halt kürzer. Aber das sieht halt... Das sieht nicht gut aus. I'm sorry. Wir nehmen das hier für sie. Look at her mothering. Das finde ich okay. Damit kann ich leben. Okay, jetzt düsen wir kurz nochmal zu Johnny und gucken, was da sein Deal ist. Und dann... Gehen wir zum Strand. D ... Er war doch hier irgendwo, oder? Oh, jetzt ist er weg, weil wir uns umgezogen haben. Aber wir konnten noch mit ihm reden Da war nochmal irgendwie so ein Punkt Aber ich schätze mal, wie gesagt, weil wir uns umgezogen haben Ist er jetzt schon weg Oder weil wir zu lange gebraucht haben, keine Ahnung Hätte ja sein können Ich habe keine Ahnung, ob der wiederkommt, wenn ich normale Klamotten anhabe Ich meine, wir können es mal probieren Also wäre cool, ich würde die Szene gerne sehen Ah, okay, ja, dann haben wir Pech Wir können nicht zurück wechseln Rip Johnny, was auch immer sein Deal war Dann gehen wir jetzt zum Strand Ah, hier ist er ja Ah, hier ist er, was die beiden hier machen? Das ist unsere Frage Und was ist mit dem Bag? Luggage für ein Shinra executive Gotta make sure it gets to his hotel safe and sound Seriously? You're working for Shinra now? After all that talk about how much you hate them? Mayor's orders After everything he's done for me, I gotta Don't look at me like that I'm not some, some sellout Dann wollen wir mal Let's go Ready to rock? Do you even have to ask? Wow Yes Yes Well, Red How do we look? Huh? Tifa, you look As sleek as a dolphin And you, Aerith Are as luminous as a sea snail Is that your way of complimenting us? Human beauty is hard for me to assess You're totally my type How's it going? Like, seriously Look at these two Not even trying to blend in Honestly Did you miss us? Loud? Something wrong? Uh Nothing It's just hot In the sun Speaking of which You guys should probably put on Sunscreen Okay Can you get my back then? Make way, people Back it up What? What? Hey Kojo What a wonderful surprise it is To see you again Rest assured I'm not here for Aerith Though Were she to offer her assistance I'd gladly accept Don't hold your breath Oh, I won't At any rate A very special show Is about to start One starring you Perhaps One starring you perhaps Now this is Oh, I see So much fun Hey What do you help you see? Wake up at us Wie können einfach solche Frauen So einem Biomüll hinterherlaufen Come on Oh god Oh no Oh Oh my god Nicht, nicht okay So you Heated the call Did you What are you talking about Not consciously then As you can see Your brothers down there Are having a little Get together Line him up Yes, sir Alright Okay Let's move Come on, sir This way And There you go You too That ought to do it Perfect Dishine Goodbye What the hell are you playing at? That, my friends Is for me to know And for you to find out That, my friends Is for me to know And for you to find out What? Not cool, man Not cool Not cool Not cool Not cool Don't kill me Don't kill me Don't kill me Yes Yes Only a reunion Could produce such results At long last I have specimens Worthy of my attention Sick bastard I'll kill you Barret Now's not the time Fine Someone has to stop them Like us Nice Here we get to Aerith What the fuck Get all you got Sit down Yeah They're going down Gonna That'll win Yeah guess ��� Yeah Ach, hätte ja klappen können. Ich finde es schön, dass wir tatsächlich in diesem Outfit kämpfen. Das macht mich sehr glücklich. Wow. Chill, Dude. Okay. So, warte. Machen wir noch den hier? Ähm. Passt schon. Okay, es macht einfach keinen Schaden. Das finde ich sehr gut. Ich glaube, wir sind schon fertig. Gotta dig deep, Berthalz. Can you take over for me? My turn. It's on now. This ends here. You're mine. Oh, what? A promising specimen. Ha 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 ha. Splendid. Might you be interested in bringing a new hero to life? Go! Go! Diese Beat... Äh, diese... Diese Anime-Beach-Episode... ...is zu crazy für mich, leider. ...is zu crazy für mich, leider. Haha. I like my colleagues. I've no desire to pursue fairy tales. Don't only bring it home. I'll take care of them. Damn, okay, hello, singer. It's your turn with that. Come on, do you? Let's get down. That's all. Fine. Nee, warte, das macht mehr Sinn. Wir hatten doch noch hier das hier. Here it comes. One more shot. Stop it! Quick, go with me. Hang back. My interest in you, Eret, is pure. Fracture. Selma, to be precise. And a living sample is preferable. A pity you did not inherit more of your mother's physical characteristics. That woman was gorgeous, right after her jeans. Damn. All right. How are you feeling? Here it comes. Come on. And be quick. Come on. 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 Now the... Say your prayers. Give them what cover's on. Watch this. Shit. We've got more ready. You aren't the specimen I was seeking. But I'm sure the data you provide will be fast and if you're ever less. Is that a boss of a boss? Is this a boss game, the man can win? kann. Okay, kann man nicht. Gut zu wissen. Oh. Also ja, jetzt kann man ihn gewinnen. Ah, verdammt. Das ist all mein Fart. Hey, du! Mr. Mopi! Huh? Over hier! Oh, ich? Du willst ihn helfen, nicht? Dann besser du dich aufhören! Let's wrap this up. Wer baut sowas? Ah, fuck. Und... Na bitte. Na bitte. Johnny? Nein, nicht! Na bitte. What the? Und... gotcha! Behold, justice is served! Cool. Let's let him go. We've done enough. Und jetzt chillen wir einfach am Strand. Oh mein Gott, den Drink will ich haben. We've come so far, but it still feels like Midgar's right behind us. We were his prisoners, me and my mom, Aethalna. He kidnapped us because she was a Cetra. A specimen for his experiments. And after what he did to her... After all the pain and the horror he put us through... I hate him... Sometimes... I imagine the things I'd do to him if I got the chance. I start thinking things so dark and ugly that... It scares me. They're just thoughts. Let them be dark and ugly. You are not. You think so? Oh! What I'm trying to say is... Worry about the future when it comes. You'll know what to do. And whatever you decide... I'm with you. Awww... I appreciate it. Shall we? No need to worry about the future till it comes. Not until the moment arrives. And when it does, I'll be counting on you. Good. Not you. That was to her. My future self. Can't say when you'll meet. But trust me. You'll love her. Awww. Just you wait. Warum ist sie so perfekt? Oh mein Gott. Und sie weiß genau, was sie gesagt hat. Ach, sie ist schon cool. Ja. I couldn't find the bartender. So I, uh... Helped myself. Costa del Sol. Used to make him back at the bar. And here I am. Drinking one in its namesake. Feels like it's been ages since I mixed a drink. Since 7th Heaven. Yeah. Well, it's happened since then. A lot. Good and bad. Ever wish you could just... Snap your fingers and forget the worst stuff? It's a part of who we are. Whether we like it or not. Yeah. The deepest wounds never really heal. Hey. I can make one for you too. If you want. Nah, I'm good. Next time I ask for a cocktail, it'll be at the new 7th Heaven. At least, that's what I promised Barrett. And when exactly did you promise him that? Sometime. Alright, Mr. Secretive. You do you. Hope I can come back here someday. Stare at the ocean. Listen to the waves. It's because of Hojo this place is in ruins. No. I can't blame him for our actions. I know I should strive to maintain my composure around him, but... Don't sweat it. Anyone would want to punch that smug asshole. I know I do. I know I do. Your fists and my fangs. Wo chillt denn Barrett nochmal rum? Der war doch auch irgendwo... Late to the party once again. Why do I even bother? I'm finished. No. The company can't fire me if... If I fire myself first. You hear that? I quit! Hey, Rufus! Take your Mako and shove it up your ass! Was für ein Charakter-Growth-Moment. Screw you, Shinra! Screw you! Work. Ich weiß trotzdem nicht, wo Barrett ist. War er da oben irgendwo? Ach, er sitzt da. Okay. I hate to say it, but that girl really came through for us back there. Unlike me, I couldn't do a damn thing for those poor bastards. You shouldn't blame yourself. This is on Hojo. Damn straight. That asshole's gotta pay for his sins. And it's up to us to make sure he does. Hey, you ready to leave? Ich glaub schon. Ich glaub, wir haben alles getan. Ich glaub, wir haben alles getan. Fun in the sun. Yeah, no fun ain't the word I'd use. So, back to the hotel? Johnny's famous sea smell inn. What's up guys? Johnny, are you alright? Never felt better. You're the man of the hour. I don't know. You see, a few kind girls who saw what happened on the beach gave me the lowdown. On the hotel and Mayor Capono. Ugh, I'm a moron. How could I be so blind? You borrowed a lot of money from him, right? Will you be able to pay it back? So... The girls told Capono, Keep leeching off our hero and we'll smear your name so bad Shinra'll kick you to the curb. And the crazy thing is, it worked. He caved. I am foot loose and debt free, baby. That's great! Johnny, the local hero. Proprietor of the Seaside Inn. Soon to be seven star resort hotel. Now that would be something. You know you gotta get one star before you can get the other six, right? Very funny, but I got plans. Ow, 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 ow. Well, good for you. You okay there? Great. Now watch him fall over the stairs. Hehehe. 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 Wow, wow. Well good... Wow, I see. Ah, hallo! Wann nicht alle vergessen von jemanden? Und... Aktion! Some know me as the world's greatest materia hunter. Others, an unstoppable assassin. And the rest, a benevolent and beautiful ninja. But, who am I truly? Who ties what rose? The one and only Yuffie! Cool. Hey, hold it, you spiky-haired jerkface. Where do you think you're going? I challenge you to a duel. If I win, you get the honor of serving yours truly. However, if you manage to somehow fluke your way to victory, this amazing ninja will agree to join you. What do you say? Von me aus. Oh, wait. Seriously? I mean, uh, we don't actually have to fight. That is, unless you really want to. Abort, abort! Tactical retreat! What the hell is her deal? Hey! Where do you think you're going? Think this through. Are you absolutely 100% certain you don't want me around to save your butts? Eigentlich will ich sehen, was passiert, wenn wir Nein sagen. Hahaha. Hahaha. Ich sag Nein. Just let me in already. Fine then. I know when to take a hint. You don't want me? I'll leave. And you'll never, ever see me again. Hahaha. Hahaha. Nur zu. Have fun. I was joking. You gotta believe me. Please, let me be one of the gang. If you really wanna, I won't stop you. Really? You won't? Freaking sweet! Welcome to the team, Yuffie. Hehe. You try anything funny, anything. I'll shove you in the sister raid, pointed at Wu-Tai, and blast you back home. Yeesh. But, I hear ya. Ooh. Hahaha. 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 You won't regret this, or my name is a Yuffie Kisaragi. Yay! Hahaha. Okay, let's see you over here, and... Hahaha. Oh mein Gott, ey. Aww. Das find ich schade. Das wäre cool gewesen, wenn du, ähm... Wenn du mit den Outfits auch außerhalb hättest, äh, hättest rumlaufen können. Ich mein... Das hätte, das hätte nicht mit den zusammengerenderten Szenen gepasst, die wahrscheinlich noch kommen werden, aber ich hätte es trotzdem sehr gefeiert, wenn ich einfach mit... Keine Ahnung, Badehosen klaut einfach... ...am Ende da rumlaufe. Musste durch einfach, musst du durch. So, wie komm ich jetzt hier raus? Ja, im Original musstest du... Ne, im Original, äh, bist du halt auf der Map rumgelaufen, also auf der Oberwelt. Und dann wurdest du... Ja, warte, wie war das? Im Original musst du erst in Wäldern rumlaufen, und dann ist die random in Kämpfen mit drin. Und dann musst du sie, glaube ich, ausschließen, also du darfst sie nicht besiegen. Und dann trollt sie dich so ein bisschen. Und irgendwann bist du dann halt so, dass du auf der Oberwelt rumläufst, und random wirst du dann auf so eine Map teleportiert, wo so ein Save-Point ist. Und wenn du diesen Save-Point berührst, dann raubt sie dich aus. Glaub ich. Du siehst sie irgendwie so ein bisschen, wie sie in einer Ecke hockt oder so. Irgendwie... Irgendwie sowas war das. Ich erinnere mich nicht mehr auf 100%, aber... Diese Chocobo-Outfits sind schon echt ugly. Die ist halt mega light so, aber die sind schon nicht schön. Das ist auf jeden Fall ein Outfit, Junge. Okay, aber bevor ich mich jetzt hier in die Open World schmeiße, würde ich sagen, ich mache erst mal einen Break, weil ich muss schlafen. Es ist einfach erst 4 Uhr morgens so. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, und ich bin dafür, dass wir das morgen direkt weitermachen. Daher melde ich mich jetzt ab, und morgen wird es, glaube ich, insane hier. Das wird richtig cool. Das wird richtig cool. Donner Rufe. Also, wir sehen uns im Blick der